Ich sehe da nur den direkten Weg. Dann nehmen wir auch den direkten Weg. Gefeile? Mal schauen. Das schaue ich mir mal an. Zack. Und tschüss, Junge. Guck mal, der tanzt da so schön. Dir geht es gut, was? Ach, da komme ich jetzt nicht rüber am Arsch. Super. Oh, cool. Wie nett von denen. Ach, kommt schon. Euer Commander sollte mal hier ein Mann sein und zurückkommen. Jawoll, ja. Meiner. Zack. Ja, zack, zack, zack. Ja, hast recht. Es ist zwecklos für dich. Ah, ha, ha. Oh, guck mal, wie sie laufen. Wie sie laufen. Kein Schisser hier. So, noch wer? Ach, komm. Wer ist denn hier noch und geht mir auf den Piss? Da oben. Da ist auch direkt die Schatzkiste. Geht gerade nicht. So, Schloss knacken. Kümmern wir uns erstmal um die Truhe. So. Na los, komm schon. Jawoll. Okay. Das kann er ins Metall stecken. Sehr gut. 7500. Nice. Anzünden. Ich kann ja schon mal die Flagge hier ein bisschen danach Ausschau halten. Bogen. Ach komm, Pistole. Hat niemand mitbekommen. Na los, kommt her. Ach so, ja. Ach komm, du Pissnake. Alter, wie die dann immer gleiche Kombos machen. Verpiss dich. Bam. Alter, voll das Gesicht zu matsch verarbeitet. Sieht auch nicht anders aus als vorher. Alter, wie viele hier ankommen. Egal. Habe ich schön was zu tun. Hallo, du kleiner Flachwixer hier. Warst du das? Ja, genau. Der kann mich da untertreffen. Es sind nur wenige, die mir entkommen. Ja? Haha. Noob. So, verpiss dich. Den hätten wir erledigt. Dann können wir jetzt, äh, Flagge hissen hier. Oh, genau. Ich wollte plündern. Ich brauche mehr Pfeile wieder und... Kugeln. Oh, sechs Pfeile hatte der gleich bei sich. Sechs Pfeile im Knie. Okay, Rauchbomben. Ich glaube, ich habe mir noch nicht eine Rauchbombe irgendwie gekauft oder so. Ich glaube, hier braucht man sich an sich auch gar nichts kaufen. Das ist wie bei, ähm... Na. Brotherhood. Genau. Oder... Ne, Brotherhood gar nicht. Revelations. Da hatten... Hatte ja auch wirklich jeder eine Waffe. Eine Schusswaffe schon. Das, da konnte man bei jedem Kugeln kümmern. Da sind... Haha. So. Jawoll, ja. Noch schön die Zwischensequenz. Ja, sehr schön. Auch das hätten wir. Auch da hinten gibt es noch Feder. Noch eine Feder. Da will ich eigentlich hin. Stellreise geht nicht, oder? Ne. Dahin irgendwie. Nein. Scheiße. Das heißt, da muss ich quasi zu Fuß hin. Na dann. 400 Meter. Kein Ding. Hä? Hä? Warum so langsam? Geht doch. Das kam aus der... Äh, aus dem Palisadenwall raus. Das fährt. Sehr logisch. So. Quell fällt ein hier ein bisschen. Wir können uns ja jederzeit... Ähm... Ach, komm. Das hat er auch Stil. Wir können ja sowieso jederzeit hier vom... ...Dings abspringen. Äh. uns nach New York quasi teleportieren. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Oh. Braver Hund. Hast gut die Katze angebellt. Jetzt macht mal Platz hier. Ja. Das ist ganz normal, dass ich Bäume hochlaufe. Früher als Kind wollte ich immer ein Streifenhörnchen als Haustier haben. Jetzt habe ich Fische. Hm. Ist fast dasselbe. So, hier gibt es noch eine Schlägerei. Das ist doch immer... ...direkt in der Nähe, ne? Willst du eine Tracht prügel? Hallo, es kommt her. Oh, verdammt. Ah, scheiße. Zu spät reagiert. So, wie du schlägst, kommst du nicht weiter. Hey. Kann ich auch. Ach, halt du dich da raus. Bam. Oh ja, das war... ...ne richtig gute und faire Methode. Ja. Was liegt da da auch so rum und provoziert mich förmlich? Du willst eine Chance? Das musst du nicht treffen. Los, komm her. Bam. Aufs Kreuz gelegt. Ja, genau. Gut. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, wir müssen noch... ...da oben ganz hin. What? Wie sollen wir denn da hinkommen? Da bin ich mal gespannt. Concord. Ah, jetzt sind wir hier in Concord. Double kill. Zack. Zack. Zack, zack. Ja. Alter, das sind aber auch Tiere hier, ne? Ja, komm. Verteidigung durchbrechen und los geht's. Und tot. Jetzt kriegt der eine tödliche Kombo hier von mir ab. Jawoll. So, plündern tue ich die natürlich auch noch. Gerade den Dicken, der hat bestimmt irgendwas Geiles bei sich. Kommt der eben auch noch. Da oben? Oh, das ist ja einfach. Oder auch nicht. Ha? Jawoll, so geht's. Ja, und natürlich gibt es hier wieder mal nicht die Möglichkeit für einen Todessprung. Macht nix. Macht nix. So, Klunker gibt es noch. Klunker wollte ich auch noch holen, ne? Auf Tratsattentat. Da kann ich aber nur Markierung setzen. Zum Hafen könnte ich. Ist eh nicht so weit, ne? Sehe ich gerade. Dann hole ich mir mein Pferd. Und Markier mal die Klunker, die hole ich noch. Und dann geht's ab nach New York. Oh, Siedlungsmission. Die wird natürlich auch noch direkt gemacht. Wo ich die gerade sehe. Na, klasse. Woo! So. Ach, hier war die Verteidigung, ne? Von hier kamen die Soldaten an. Zack. Noch ein bisschen Hasenpelz. Hasenfutter habe ich noch mehr Glück. Troy's Wood. Mhm. Die scheinen wieder unterirdisch zu sein hier. Die Klunker. Alter, vier Hasen. Auch nicht schlecht. Ach, die Siedlungsmission ist bestimmt das von, ähm, hier Norris. Will ich wetten. Egal, muss ich ja eh früher oder später machen. Nein. Uh. Zack. War P.G. Nächsten. Zack. Oh, leg dich hin. Das war doch mal eine gute Jagd. Da ist noch einer, genau. Genau. Ach, scheiße. Ich bin verwirrt. Ach komm, verpisst euch doch. 15 Meter unter mir, what? Wie soll ich denn da hinkommen? Hm. Kann man tauchen und dann irgendwie so unterirdische Höhle? Nee. Das ist hier direkt unter mir. Dann wollen wir mal schauen. Scheiße. Egal, den kriege ich auch noch. So, ich will mal was ausprobieren, ob das...